Hallo, ich bin Lasse und ich gehe so gerne segeln. Seht ihr vielleicht auch in meinem Pulli? Mit Segelboot drauf, cool oder? Ah, ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen. Wir sollen uns ein Wort aussuchen, welches wir dann schreiben üben. Ich habe mir eins ausgesucht, soll ich mal buchstabieren? Dann S, E, H, G, E, L, Warte, B, U, T. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob das so richtig ist. Am besten, ich frage auch noch mal die Simone.